Auf der Wand 1 für die SSF Bond, Tim Krajewski. Auf der Wand 2 standen für die SSG Leipzig, Jonas Klaus. Auf der Wand 2 standen für die SSG Leipzig, Jonas Klaus. Auf der Wand 2 standen für den SC Wacken, der Antille, Jagerstress für die Kieler und die Zollander, Kieran Winkler. Auf der Wand 4 standen für die SSG Leipzig, der Antille, Karin Norris Margold. Auf der Wand 4 standen für die 50 Freistilfe, von der SG Neuss auf der Wand 5, Tobias von Ackel. Auf der Wand 6 standen für die SSG Leipzig, Oskar Wiesemann. Auf der Wand 8 standen für die SG Schwimmelmünster, Valentin Schneemann. Finale 400 Grad, Jager 2004. Stimmelmünster. Reich, alle. Alle. Reich auf die Kirche. Acht, auf! Ach, auf! Oh mein Gott! Auf dem Ende! Ah! Ah Gott! Ah! 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 Haukai Head, A! A noise? Yeah! Auf geht's! 1! 2! 1! 1! 2! 2! 5! 5! Auf Kie! 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 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 21. Das ist ein Mann, das ist ja, Mann, so halt. Geist! Das war's für heute. Hey guys!